Hey Internet und YouTube, zurück bei Max Payne, wir Maxchen. Leise ausschalten ist kein Problem. Plupp. Und plupp. Und plupp. Und plupp. Ja, das ist sowas. Man braucht nur ca. 3 Schüsse. Oh, yeah. Oh, schuck. Warum sollte ich die andere Waffe ab... Okay, warte, es gibt's ja. Wo ist jetzt... Welche ist die Schale? Okay, what? Okay. Easy. Okay, dann geh ich weg von hier. Ich meine... Wow, was hab ich hier? Was hat hier ge... geblinkt? Geleuchtet? What? 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 Okay. Ach. Gut. Okay. Na, was soll's, wir müssen rein. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich habe schon genug gesehen, dass Fabianna zumindest war, wenn nicht genau so gut. Her captoren sie nicht sahen, wie sie das Kind und Genstle-Type waren. Ich musste das Raum finden schnell schnell. ich kann nicht durch das fenster kann ich aber das war jetzt nicht ganz so geplant wie ich gedacht habe ich glaube ich muss nicht mehr leise sein was war das keine Ahnung sie sind tot was easy max easy Kleines Mäckchen. Da ist es... Oh, gib mir... Das ist doch Wurst jetzt, oder? Was, 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 was stand hier? Schalter und Lampenaufsatz, das ist einfach viel zu viel. Goodies. I hope that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. Ah, so ist es schön. Oh, was machst du hier? Ah, tschüss, das Nachland in der Zeitluppe. Best idea ever. Uh, was haben wir hier alles? Eee, 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 okay. Panik. Panik ist da, Panik ist da. Wartet, wartet. Kann ich hier rauf? Selbstverständlich. Was für ein Trick. Was für ein Trick. Passt auf. Oh, Jesus Christ, sind wir hier. Hier ist was. Gib mir das, 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 gib mir das. Ah, verdammt, ich bin runtergefallen. Das war Absicht. Mutter. Das war jetzt nicht so elegant, aber das war Absicht. Das war einmal ins Nichts. Wohin? 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 Wieso lebst du? Was fällt dir ein? I need Munition. Danke. Hier war doch noch hier. Oh, okay. Ey, komm, von hinten anschleichen, du Kleiner. Siehst du? Deine Gangster-Karriere. Ist beendet. Warum machst du sowas, Max? Okay. Hat sicher seinen Grund. Das war die Karte, die sie in den Händen gehalten hat. Ich habe sie gerade missen. Oh, ich will nicht fernsehen, oder? Will ich fernsehen? Oh. Vielleicht ist jetzt was Gutes. Hoffentlich nicht, Captain. Hm. Qualität beginnt. Es ist die Karte, 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 Karte. Karte, Karte, Karte. Ist deswegen das Interfectum. Was ist das? Viagra? Interfectum. Es ist eine karte analgesische Karte für karte. Hier, was gibt's? Keine Ahnung, was hier passiert ist. Abschalten, komm. Ich denke nicht, dass das irgendwas mit uns zu tun hat. Die Kamera habe ich untersucht. Da habe ich irgendwas genommen. Perfekt. Okay. Ein großer, freier Platz. I'm not amused. Gehen wir ins Licht, oder? Da lag hier... Hier liegt doch was. Ha! Dann, äh, drei, zwei, was er war. Ich weiß noch immer nicht, was ich damit mache eigentlich. Ob ich da irgendwas machen kann? Ich hörte die Drillung durch die Wand. Es war eher eine Boat Hall, als eine Böne. Aber ich musste sicher sein. Stop de schraub, du wunderschön. Die Dich, du wunderschön! Die Dich, du wunderschön! Du wunderschön, wunderschön! Da war sie, in fronte mich. Der wunderschön wunderschön wollte ich ein Spiel. Wo ist deine Waffe? Max, deine andere Waffe? Ähm, das sind etwas zu viele, oder? Okay, warte. Konzentration? Soll ich sie abknallen, oder? Soll ich sie abknallen? Ich kann gar nicht. Ich muss... Ich denke, das war nicht zu gut, oder? Okay, das gehört ja dazu. Ne, nix! Okay, das stört die Krankenkasse nicht, mein Freund. Was habe ich denn jetzt gemacht? Whatever, oder? Whatever. Of course. I don't care. Ah, aktuell ich... Doch. I don't care very much. Ah, I care... Ah, lasst mich doch in Ruhe! Internet. Ich muss mich hier konzentrieren, okay? Kleine Zeit für Spielchen. Im Spiel. Spielchen... In... Oh, yes! Ein Teddybär! Ein Teddybär! Nein! Oh! Lass uns was... Na, Beweismittel. Krass, sicherstellen. Nicht nur den Eingang gezogen, sondern zum... Beweismittel. Der Kohl in dem Luft war nicht alles, um meine Gedanken zu schärfen. War da ein Schuss in diesem Raum? Oh, ja. Einmal tief einordnen, Max. Ah! Was ist das? Gern, jetzt habe ich die drei Teile. Das ist super. Aktuell habe ich jetzt gerade zu viel eingeordnet. Ein Schuss. Aber das ist ein Hinweis. Ein Switch. Ist rot. Habe ich den übersehen hier drinnen? Okay, Switch. Oh, no! YouTube hat den schon längst wieder gesehen, den Switch. Und ich bin jetzt zehnmal an dem Switch vorbeigelaufen. Dafür... kriege ich wieder Kommentare. Damit meine ich keine freundlichen. Und hat er Pro-Gamer... Die Switch Pro-Gamer... ...die Switch Pro-Gamer... ...dod... Jesus... Also ich habe den Switch sofort gefunden. Noch bevor der Text kam. War ja wohl... ...ganz offensichtlich, dass der Switch... Der Switch... Der Switch... Der Switch... Der Switch... ...ist hier ganz... Was? Das ist nur die Waffe, oder? Der Switch hier drinnen ist. Und zwar... Und äh... Okay. Da, hier vorne. War ja gar... Ist ja klar. Ist ja... Das hatte ich schon vorher gesehen. Das habe ich schon längst bemerkt. Ich wollte euch nur ein bisschen verunsichern. Was? 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 Ich denke nichts, oder? Gut, dass wir das besprochen haben. What is this? Nichts. Was mich interessiert. Was ist das? Wow, die ist ja viel größer. Ich meine, es kommt nicht auf die Größe an. Deswegen spiele ich auch meistens mit der kleinen Pistole. Was man gewohnt ist. Ich meine damit... Ich meine... Ich sehe keinen anderen mehr. Hier oben! Ich dachte, das wären Goldbarren. Zeitung oder so. Gib her. Serrano was reading his reviews. Vein chump. The newspaper was plastered with the news of the first kidnapping attempt. These were the floor plans to the nightclub. Seemed Mr. Serrano like to be prepared. Proper little boy scout. Yes! That gangway would get me through. Ja, wirklich? Weiß ich. Hier blinkt was! Guck mal das. Was war das? Was ist das? Oh yeah! Ich habe trotzdem keine Ahnung wozu, aber... Oh yeah! Okay, das war... Okay, ich muss jetzt nur... Folgendes tun. Und zwar... Ich könnte auf der Katzefläche gehen, wenn ich zurück in die andere room gehe. Ah, okay, danke. Danke, Maxi. Ich gehe in die andere room. Dann gehe ich hier through oben rüber. Und wir sind schon da. Keine Panik. Auch das wusste ich. Ich wollte euch nur ein wenig Zeit wieder zum Überlegen geben. Ihr wisst schon, Interaktivität. Interaktivität fördere ich hier. Das ist der Sinn dahinter. Nein. Ich habe es dir gesagt. Wow, wow, wow. Es kommt denn jetzt alles angerannt. Okay, okay, okay. Stopp, stopp, stopp. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.